Sie wollen nicht kommen, bevor sie kommen wollen, sagen wir mal. Es ist alles ein bisschen verrückt hier, Masken-Theater, die kontrollieren jetzt, ob wir auch alle Masken haben. Na klar, wenn heute der Premierminister da die Verordnung gibt, machen die halt auch ihren Job. Das ist alles ein Wahnsinn. Der neue Virus, nicht? Everybody? No good? Many, many friends now say not come, before want to come now say not my dear. Die machen ja auch nur ihren Job, die sind ja nett und jetzt haben sie die neue Verordnung da. Ja, man, koch zu sein, 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 koch zu sein. Komm, komm, komm. 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 Komm, komm. Komm, komm. 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 Komm, komm. Komm. Komm, komm. Komm, komm. 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 Okay. Kannst du die neue Frau fordern, weil ich keine Ahnung wie自由 ist aus于 allerlei Nennüsten? Was ist das? Er hat eine Lizenz, um zu spielen. Ja, ja, ja. Du hast eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz, um zu töten. Die Lizenz zum Töten. Er hat immer der James Bond damals überschrieben. So, hier. Geburtstagsparty heute. Und, alles gut? Seid ihr noch nüchtern? Na, stimmt was nicht. Ja, heute ist es nochmal so, mir kommt es vor, wie so eine Weltuntergangsparty, weil dann ist ja bald alles vorbei, dann wird gar nichts mehr erlaubt. Hallo. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schaut, wie schön das hier ausschaut. Schön grün, wenn der Laden voll ist. Ist ja fast die Hochsaison, dank der Dai ihrem Geburtstag. Die feiert heute ihren Geburtstag hier. Aber ansonsten wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das ist natürlich die Sache mit diesem neuen Virus. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal die Nachricht gesagt, es wird wieder alles, ja, bis zum 10. darf man noch einreisen mit dem Pass, dann nicht mehr. Mal schauen, am 4. kommt eine neue Entscheidung. Ich hoffe natürlich, dass dann das alte Sandbox-Modell wieder ausgegraben wird. Und die, die vielleicht ihren Pass haben, wieder Sandbox wieder her können. Mit dreimal testen oder was auch immer. Aber ich vermute auch die Landesgrenze. Das heißt jetzt für uns die Grenze nach zum Festland, weil Bucket ist ja mit einer Brücke verbunden. Die wird wieder abgeriegelt und es wird wieder schwieriger sein, reinzukommen. Das wird als nächstes kommen. Also lassen wir uns überraschen. Und ich habe jetzt wieder, ja, ein bisschen investiert. Schauen wir mal. Vielleicht war es ja nicht umsonst. Yes, Video better. Wie alt? 35? 35, right? 25. 38. 35. 38. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 33. Gute Heimreise, bis bald! Gute Heimreise, und pass auf, dass du kein Virus kriegst. So, der andere geht zurück. Wenn er wieder raus darf. Deutschland ist zu, wird schon klappen. Standesgemäß allein im Bus, oder? Nicht schlecht. Alles gut, habt eine gute Zeit. Bis demnächst. Wir bleiben im Kontakt, ist ja alles verbunden. Wir bleiben in drei Monaten. Abschied mit Livemusik. Kokosnuss, vielleicht das letzte Mal voll vor dem Weltuntergang. Abschied nehmen, zurück nach Ansbach. Zurück. Back home. Zurück. 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 6 hr. später oh i need noong or song noong baile already okay bitte abonniert unseren youtube kanal danke super give me five und das in dieser gegend hier ist das nicht geil